Gesichterschnitzen für Fortgeschrittene Der erfahrene Holzbildhauer und Kunstmaler Klaus-Dieter Kienzler zeigt in diesem umfangreichen Lehrfilm weit mehr als nur die Grundkenntnisse in der Kunst des Gesichterschnitzens. Erleben Sie, wie er nacheinander ein Männergesicht, ein Frauengesicht, das Gesicht eines Kleinkindes und eines älteren Mannes ausschnitzt. Neben der Vorstellung und Ausarbeitung der drei Kopftypen Dolichocephal, Brachycephal und Mesocephal beinhaltet der 170-minütige Lehrfilm einen geballten 16-minütigen Theorieteil, der das wichtigste anatomische Wissen aus der Holzbildhauerlehre zusammenfasst und damit ein solides Fundament dieses außergewöhnlichen Lehrfilms bildet. Das Ohr ist mein heimlicher Favorit, denn dieses, wenn es nicht im gesamten Gesicht, insbesondere der Nase entsprechend gestaltet wird, hat einen fatalen Einfluss auf das Gelingen des ganzen Kopfes. In der Seitenansicht, dass ich mir einiges an Holz noch aufgehoben habe für spätere Korrekturen. Das macht man deswegen, weil wenn einem das Gesicht misslingt, kann man immer noch nach hinten rücken. Das Ohr sollte in seiner Größe, in etwa der Größe der Nase, entsprechen. Das Ohr sollte in seiner Größe, in der Größe der Nase, entsprechen. Vielen Dank.